Wusel hat aus einer kleinen Stechmücke eine große Stechmücke gemacht. Mit einem großen Stechrüssel. Keine Sorge, ich habe die Lösung. Bitte sehr. Aber Wusel, die ist doch viel zu klein. Du kannst aber auch immer nur meckern. Aber ich habe die Lösung. Jetzt ist es viel zu groß. Kannst du nicht einfach die Stechmücke wieder klein machen? Ja, aber dazu muss sie erst einmal in den Zielbereich des Beamers fliegen. Ich habe die Lösung. Wir locken sie mit ihrem Lieblingsessen an. Ich weiß nicht, Wusel. Das ist eine Stechmücke, die will unser Blut. Ne, das kriegt sie nicht. Oh, ich habe die Lösung. Kannst du auch mal die Lösung haben, die dann auch wirklich die Lösung ist? Das ist schon meine vierte Lösung. Wie viele hattest du denn? Pass mal auf. Das ist der Flatterer Papp 3001. Die Mücke soll daran kleben bleiben und dann bringe ich sie wieder auf normale Mückengröße. Das könnte tatsächlich funktionieren. Tja, könnte. Der Kleber ist super stark. Oh. Moment. Maria, könntest du vielleicht mal kurz... Ja, klar. Warte doch mal da. Oh. Wusel, was machen wir denn jetzt? Ich habe die Lösung. Okay. Jetzt kommt erst mal ein Film. Der Amazonas im Regenwald Südamerikas. Und jetzt schaut mal ganz genau hin. Vielleicht könnt ihr sie entdecken. Denn in diesen Gewässern lebt die größte Schlange der Welt. Die große Anaconda. In der freien Natur ist es fast unmöglich, sie in ihrer ganzen Länge zu sehen. Oft erkennt man nur den Kopf, weil der Körper im Wasser schwimmt. Bis zu neun Meter kann eine Anaconda wohl lang werden. So ein großes Tier braucht bestimmt viel Futter. Doch reicht es wirklich, wenn sie nur einmal im Jahr frisst? Anacondas sind keine Gift, sondern Wirgeschlangen. Das bedeutet, sie umschlingen ihre Beute und drücken ihr die Luft ab. Danach wird ihre zum Teil sehr große Beute auf einmal verschlungen. Kleine Alligatoren, Hirsche oder sogar Jaguare. Dazu öffnet die Schlange ihr Maul unfassbar weit. Sie hakt sogar ihren Kiefer aus, damit sie das Maul noch weiter aufbekommt. Es kann stundenlang dauern, bis die Beute endlich im Magen des Tieres landet. Und dann muss sich die Schlange ausruhen. Denn jetzt wird verdaut. Das heißt, die Beute wird im Körper zersetzt, um daraus Nährstoffe für das Tier zu gewinnen. Eines mögen die Tiere besonders. Dösen und dahindümpeln. Und bei wenig Bewegung reicht die Energie von einem Festessen wirklich sehr, sehr lange. Deshalb kann die Anaconda auch so lange ohne Fressen auskommen. Jetzt wusel, 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 kostenlos auf YouTube abonnieren und kein Video mehr verpassen. Jetzt abonnieren. Hallo, ich habe ein super-duper Angebot für euch. Zu jedem Video gibt es jetzt einen Riesenhaufen Dynamit. Na ja, dann vielleicht einen mittelgroßen Haufen. Dann einen kleinen Haufen. Ach, na gut. Dann eben ohne Dynamit. Aber auch so sind die Videos der Kracher. Ups. Man sollte wohl Dynamit nicht einfach so vom Tisch schubsen. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufräumen. Ihr könnt euch ja noch ein Video angucken. Ohne Dynamit. Ausnahmsweise. 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 Ausnahmsweise.